Echo der Vergangenheit Regierungspropaganda und Manipulation – Diese Geschichte ist frei erfunden Kapitel 1 Das dunkle Netz der Unterdrückung In der verschlafenen Stadt namens Schattenheim breitete sich ein unsichtbares Netz der Unterdrückung aus, das die Köpfe der Menschen umhüllte wie der Nebel, der in den engen Gassen hing. Missgunst, Rassismus, Mobbing, Inkompetenz und Missbrauch hatten sich wie ein undurchdringliches Gespinst über das soziale Gefüge gelegt. Die Wurzeln dieser düsteren Realität reichten weit in die Vergangenheit zurück, und die Bewohner waren in einem Teufelskreis aus Vorurteilen und Ängsten gefangen. In Schattenheim schien die Geschichte ihre Hand im Spiel zu haben, ihre Narben waren allgegenwärtig. Die Straßen, gesäumt von alten Gemäuern, flüsterten Geschichten vergangener Generationen, die sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt hatten. Das Stadtbild trug die Last der Geschichte, und die Schatten der Vergangenheit spiegelten sich in den Gesichtern der Bewohner. In den dunklen Winkeln der Stadt, wohin das Licht kaum reichte, sammelten sich jene, die das unsichtbare Netz der Unterdrückung knüpften. Es waren Menschen, die sich von Aberglauben und Halbwissen leiten ließen, die das Unbekannte fürchteten und das Andersartige ablehnten. Eine unsichtbare Barriere schien zwischen den Bewohnern zu liegen, getrennt durch Vorurteile, die wie unsichtbare Mauern wirkten. Andersdenkende wurden misstrauisch beäugt, die Intelligenten isoliert, freies Denken als Bedrohung empfunden. In den Köpfen derer, die sich von Inkompetenz und Halbwissen leiten ließen, war das Ungewohnte ein Feind, den es zu bekämpfen galt. Der Schutz der eigenen Integrität schien nur durch die Ausgrenzung des Unbekannten gewährleistet. Durch die Straßen Schattenheims zog sich ein unsichtbares Labyrinth aus Vorurteilen und festgefahrenen Überzeugungen. Die Ängste der Vergangenheit hatten sich im kollektiven Gedächtnis der Stadt festgesetzt und führten zu einem schleichenden Verlust der Freiheit des Denkens. Die unsichtbaren Fäden des Netzes zogen sich immer enger zusammen und die Bewohner spürten, wie ihre Individualität von den starren Regeln der Unterdrückung erstickt wurde. So begann in Schattenheim das erste Kapitel einer düsteren Geschichte, in der sich die Schatten der Vergangenheit in der Gegenwart manifestierten und ein Netz der Unterdrückung spannten, das die Freiheit erstickte und die Herzen der Bewohner gefangen nahm. Doch im Verborgenen regte sich auch Widerstand. Leise wie ein Flüstern, das durch die engen Gassen der Stadt halte und auf Veränderung hoffen ließ. Kapitel 2 Das Erwachen der Vorurteile In den engen Gassen von Schattenheim wurden die unsichtbaren Fäden des Unterdrückungsnetzes immer dichter und die Bewohner spürten die erdrückende Last der Vorurteile auf ihren Schultern. Der Rassismus entsprang den unterschiedlichsten Wurzeln, und das unsichere Fundament des Halbwissens begünstigte die Verwandlung der anfänglichen Angst in Hass und Gewalt. In einem versteckten Winkel der Stadt wuchs eine Gruppe von Menschen heran, die sich selbst als den wahren Glauben bezeichneten. Geleitet von religiösen Dogmen und engstirnigen Überzeugungen sahen sie jede Abweichung von ihren Lehren als Bedrohung an. Die Straßen Schattenheims wurden zum Schlachtfeld zwischen den Anhängern des wahren Glaubens und denen, die sich gegen die Engstirnigkeit ihres Denkens zur Wehr setzten. Ein exemplarisches Schicksal zeichnet sich ab. Ein junger Mann namens Elias, aufgewachsen in den strengen Lehren des wahren Glaubens, gerät plötzlich ins Kreuzfeuer der Vorurteile. Seine Liebe zu einer Frau anderer Herkunft galt der engstirnigen Gemeinde als Verrat. Aus Liebe wurde Hass, und Elias wurde zum Symbol für das Aufeinanderprallen verschiedener Welten in Schattenheim. Mobbing manifestierte sich auf perfide Weise im engen sozialen Gefüge der Stadt. Ein anderes Beispiel war Emily, eine kluge und einfallsreiche junge Frau, die sich durch ihre Intelligenz auszeichnete. Ihre Denkweise wurde jedoch als Gefahr für die starren Strukturen der Unterdrückung angesehen. Diejenigen, die sich von Inkompetenz leiten ließen, sahen in Emilys Intelligenz einen Stachel, der ihre eigene Beschränktheit infrage stellte. Mobbing wurde zu einem Instrument der Unterdrückung, das Kreativität und freien Gedankenaustausch erstickte. Schattenheim, einst ein Ort der Vielfalt und des Miteinanders, war nun gespalten. Eine unsichtbare Mauer trennte diejenigen, die sich den Vorurteilen widersetzten von denen, die das Netz der Unterdrückung knüpften. Das dunkle Erbe der Vergangenheit lastete schwer auf den Schultern der Bewohner, die Straßen wurden zu einem Geflecht aus Unsicherheit und Angst. So entwickelte sich in Schattenheim das zweite Kapitel einer tragischen Geschichte, in der Vorurteile zu einem gefährlichen Erbe wurden und die Seelen der Bewohner gefangen hielten. Doch während die Schatten der Vergangenheit immer tiefer wurden, keimte im Verborgenen die Hoffnung auf Veränderung. Ein zartes Licht, das verriet, dass die Schattenheimer noch nicht bereit waren, sich endgültig der Unterdrückung zu ergeben. Kapitel 3 Im Bann der unsichtbaren Diktatur Die Schatten über Schattenheim wurden immer größer, das unsichtbare Netz der Unterdrückung immer enger. Die Stadt, einst ein Ort der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, geriet in die Fänge einer unsichtbaren Diktatur. Ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte entfaltete sich vor den Augen ihrer Bewohner, und die Parallelen zu vergangenen Diktaturen wurden immer deutlicher. Ein geheimes Gremium, von den Mächtigen im Verborgenen gelenkt, trat an die Öffentlichkeit und regierte die Stadt mit eiserner Hand. Die Ängste und Unsicherheiten der Menschen wurden geschickt ausgenutzt, um die Kontrolle zu festigen. Unter dem Deckmantel der Demokratie wurde eine autoritäre Herrschaft errichtet, die an die trügerische Fassade vergangener totalitärer Regime erinnerte. Die Erinnerung an die DDR, eine Diktatur, die sich hinter dem Namen Demokratie versteckte, drängte sich unweigerlich in die Köpfe der älteren Schattenheimer. Rechte wurden eingeschränkt, Meinungsfreiheit unterdrückt, und wer sich den vorgegebenen Normen widersetzte, musste mit Gewalt, Folterung, Massenvergewaltigungen von sehr jung bis alt als Opfer und sogar mit Mord rechnen. Ein neues Kapitel der Unterdrückung schien sich zu wiederholen, und die Menschen wurden wieder einmal mit der bitteren Realität konfrontiert, dass sich die Geschichte wiederholte. Die Zeit der Corona unter der Regierung der Alten verlief ähnlich. Der Begriff Staatsverräter wurde nun gegen Andersdenkende ausgetauscht, und diejenigen, die sich dem Strom der unsichtbaren Diktatur widersetzten, wurden als Staatsfeinde gebranntmarkt. Das Schlimme war, dass es genug Idioten gab, die ohne nachzudenken diese Verbrechen der Regierung mitmachten und es für richtig hielten, andere zu diskriminieren. Die Gehirnwäsche war bei den Schafen dieses Landes erfolgreich gewesen. Informationskontrolle und Regierungspropaganda wurden zu Werkzeugen der Manipulation, und die Wahrheit wurde verschleiert oder sogar verfälscht. Der Begriff Verschwörungstheoretiker wurde als Waffe gegen jene eingesetzt, die es wagten, kritische Fragen zu stellen. Die Bevölkerung von Schattenheim reagierte mit einem stillen Aufbegehren. Demonstrationen und Proteste wurden zum Ventil für die wachsende Unzufriedenheit. Doch die unsichtbare Diktatur wusste geschickt, mit ihrer Macht umzugehen, freiheitliches Denken wurde mit Gefängnis bestraft, und wer sich dem Regime widersetzte, fand sich plötzlich im Zentrum der Repression wieder. Schattenheim war gefangen in einer Spirale aus Angst, Schweigen und Unsicherheit. Doch in den Herzen einiger Bewohner keimte immer wieder der Funke der Hoffnung. Sie erkannten, dass Veränderung möglich war, wenn sie bereit waren, den Schatten der unsichtbaren Diktatur zu überwinden. Die Zukunft Schattenheims hing nun davon ab, ob die Bewohner den Mut aufbrachten, sich gegen die Unterdrückung zu erheben und für ihre Freiheit einzutreten.